Hallo und willkommen zur allerersten Episode Let's Play Brawl Stars von Beginn an. Ich habe mir einen neuen Account gemacht, ich habe 0 Pokale und ich werde sogar noch als online dargestellt mit meinem anderen Account. Also, in den Club bei Ebene reinschreiben. Äh, ja, wenn jemand anfragt. Hallo, 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 hallo. Und jetzt können wir im Endeffekt schon direkt loslegen. Ich kann ja mal Leute einladen, die jetzt hier gerade noch dabei sind. Nein, die will ich ja nicht einladen. Die will ich ja nicht dabei haben. Juwelenjagd, ich habe eh nur eine Sache, die ich gerade machen kann. Ich kann eine Juwelenjagd machen. Ähm, Shop, 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 kann ich gar nichts machen. Ich habe ja noch gar nichts. Ich habe noch keine Brawler, auch gar nichts. Das ist die allererste Episode und genau so wollte ich das haben. Hallo, Olli. Hallo, Olli. Okay, dann würde ich sagen, Olli, bist du dabei? Nein, ich will natürlich dich jetzt nicht... Ja, der Spieler ist natürlich nicht da. Dann nehmen wir Olli... Nein, ha, Mann. Olli, Olli, komm dabei. Lass uns eben Olli reinholen. Olli ist dabei. Und ich bin Belohnung mal 1, Belohnung mal 2. Olli, jetzt sind wir, jetzt sind wir soweit. Also, die allererste Episode, Let's Play Brawl Stars, genau so wollte ich das haben. Ich wollte es von Anfang an nochmal spielen. Einfach, weil es... Ich habe es bei Clash of Clans gemerkt, es macht so extrem viel Spaß. Es macht so viel Spaß und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das einfach mal so. Haben wir den schon erwischt? Ich werde so schon ins Kreuzfeuer genommen. Alter Schwede. Ja, er heilt sich jetzt natürlich schön. Komm, 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 komm. Den haben wir erwischt, den haben wir erwischt, den haben wir erwischt, den haben wir erwischt. Den haben wir erwischt, den haben wir erwischt, den haben wir erwischt. Den haben wir erwischt, den haben wir erwischt, den haben wir erwischt, den haben wir erwischt. Den haben wir erwischt, den haben wir erwischt, den haben wir erwischt. Nein, ich werde sterben. Ja, 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 ich werde sterben. Ich werde sterben, wenn ich bin schon tot. Ach, schön. Also, ich weiß nicht genau, wie viele Folgen hiervon kommen werden. Also, in welcher Regelmäßigkeit sie kommen werden. Das kann ich noch nicht genau sagen. Allerdings, was ich euch sagen kann, ist, dass es natürlich immer mal wieder eine Folge geben wird. Das ist klar. So, jetzt haben wir schon mal einen Gem geholt. Jetzt warten wir mal eben ab. Warten wir mal eben ab. Wo ist denn einer? Lauft mir doch alle rein, bitte. Ja, lauft mir alle rein. Lauft mir alle rein. Wir haben einen gekriegt. Wir haben einen gekillt. Oh, jetzt haben wir es rumgedreht, das Spiel. Jetzt haben wir es aber richtig rumgedreht. Yes, 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 yes. Jetzt habe ich acht Juwelen. Ich muss nur weglaufen. Ich muss nur weglaufen. Den neunten hole ich mir auch noch eben. Den neunten hole ich mir auch noch eben. Neun Juwelen. Alles klar. Alles klar. Das läuft. Das läuft. Ich habe ja nur Shelly aktuell als Brawler. Ich habe ja sonst nichts. Oh, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle an. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin alle verloren. Ich habe alle Gems verloren. Ich habe alle Gems verloren. Mann, wir spawnen doch wieder, Alter. Ja klar, er läuft jetzt natürlich weg. Er läuft jetzt natürlich weg. Jetzt haben wir ein dickes Problem, weil er weg... Ja, super, das war's. Ach Mann, wie konnten wir das Spiel ja noch herschenken? Ey, ohne Witz. Wie konnten wir das Spiel ja noch verlieren? Es war meine Schuld. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Olli, es tut mir leid. Es war meine Schuld. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Aber egal. Noch ein Spiel. Komm. Olli. Ja, Olli ist dabei. Wir machen noch eins. Spieler, Spieler, Spieler. Drei von drei haben wir. Juwelenjagd. Ich hätte weglaufen sollen. Ich hätte weglaufen sollen. Das war blöd von mir. Kriege ich die, kriege ich die, kriege ich die, kriege ich die? Ja, ja, ja. Ich habe einen. Zwei. Zwei habe ich sogar. Da ist doch einer drin. Ich habe es doch gesagt. Da saß doch einer im Gebüsch. Ich habe es doch richtig gesehen. Oh, ich bin fast tot. Ups, ups, ups. Ups, schnell weglaufen. Jetzt haben wir gleich den dritten. Ja, dritte Juwel. Ja, den haben wir auch eins gegeben. Dem oben geben wir jetzt auch noch eins mit. Okay, okay, okay. Der ist gut angeschlagen da im Gebüsch. Nein, ich bin tot. Warum hilft mir denn keiner? Oh. Leute, lasst mich doch nicht alleine. Jetzt steht es nämlich 5-1 für den Gegner. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich darf auch nicht so offensiv rein eigentlich mit Shelly. Ah, jetzt habe ich zumindest ein Juwel schon mal wieder. Komm, 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 komm. Komm. Zweite. Drei zu drei. In der Mitte fällt wieder eins raus. Komm, 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 komm. Bin wieder zu offensiv drin. Ich bin wieder zu offensiv drin. Aber hier liegt noch eins rum. Das dritte. Wir dürfen natürlich... Au, 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 der ist direkt vor mir. Der ist direkt vor mir. Der hat nicht viel gefressen gerade. Leider. Den habe ich nicht gut erwischt. Aber jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. So. Ich habe fünf Juwelen. Ich darf nicht so offensiv rein, Leute. Ich muss jetzt ein bisschen zurückbleiben. Ich darf nicht so weit reinlaufen. Au, 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 au. Da vorne ist noch einer. Ich habe gleich die Spezialfähigkeit schon wieder voll. Den haben wir erwischt. Ja, den haben wir gerade richtig gut erwischt. Den haben wir gerade richtig gut erwischt. Den habe ich auch erwischt. Ich bin kurz vorm Sterben. Aber ich habe immer noch fünf Juwelen. Der Gegner... Die Gegner haben leider ein bisschen mehr. Ja, jetzt haben sie den Countdown. Jetzt haben sie den Countdown. Jetzt müssen wir einen davon holen. Jetzt müssen wir einen davon holen. Nein, ich warf doch nicht schon wieder verlieren. Das gibt es doch nicht. Wir müssen jetzt offensiv reinlaufen, leider. Ja, super. Echt. Schon wieder verloren. Nein. Was, eine erste Episode. Ich habe hier sogar noch gekillt am Ende. Ja, geil. Das ist natürlich super, wenn wir jetzt schon wieder verloren haben. Immerhin haben wir ein bisschen Erfahrung gewonnen. Ja, keiner will ein Spiel machen. Dann suchen wir einen anderen raus. Da nehmen wir mal ihn. Hoffentlich. Klingeln wir noch einen. Ich bin bereit. Olli ist dabei. Ich bin auch bereit. Und dann machen wir noch ein Spielchen. Ah, Mann, zwei Niederlagen. Jetzt will ich auf jeden Fall noch eins gewinnen. Jetzt will ich aber auf jeden Fall noch ein Spiel gewinnen. Das muss doch klappen. So. Nummer drei. Da, 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 da. Wir gehen. Nein, das habe ich schon geschossen. Ja, na, geil. Da habe ich noch mal geschossen. G, 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 G. So. Zack, 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 zack. Da haben wir den ersten, der erste schon mal down. Zack, ein Juwel geschnappt. Wir machen uns diesmal mal anders. Wir gehen mal ein bisschen von außen vor. Und doppeln ihn jetzt mal schön. Jetzt kommen sie da alle. Also, sie sitzen auf einmal alle außen. Ich schnapp mir jetzt mal eben ganz schnell das Juwel, wenn keiner guckt. Komm, da muss doch noch, ja, ich wollte sagen, da muss doch noch eins rausfallen. Ey, sie sind alle weg. Guckt euch das mal an. Die sind alle weg. Keiner ist in der Mitte. Komm, noch eins. Ja, sauber. Noch eins. Ey, die sind alle weg und ich kann mir in aller Ruhe alle Juwelen schnappen. Noch eins. Komm, 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 komm. Noch eins, bitte. Fall noch raus, fall noch raus. Sie habt noch eins. Das fünfte. Die betteln sich alle oben. Und ich kann schön... Alter, das ist die verrückteste Runde. Sechste Juwel. Jetzt haben wir gleich das zehnte. Pass mal auf. Ich muss gleich nur noch weglaufen. Ja. Jetzt haben wir alle. Ich brauche noch nicht wegzulaufen. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt wäre es vielleicht mal gut. Aber immer noch nicht. Ich muss immer noch nicht weglaufen. Ich kann immer noch warten, bis hier noch ein Juwel runterfällt. Drei. 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 Zwei. Alter, das war die verrückteste Folge, glaube ich. Die schnellste Runde ever. Das war die schnellste Runde ever. Ja, läuft auf jeden Fall. Wir machen noch ein Spielchen, würde ich sagen. Endlich habe ich mal Pokale gekriegt hier für die Shelly. Endlich. So. Wollt ihr noch eins? Leute, Olli ist dabei und der dritte will nicht. Aber wir haben jetzt natürlich, dann kriegen wir noch einen Ersatzspieler rein. Alter, war das einfach mal die schnellste Brawl Stars Runde ever. Okay, jetzt ist das Juwel auf der linken Seite. Müssen wir schnell sein. Zwei Stück. Beide geschnappt. Alles klar. Zack, 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 zack. Mittendruf. Auf einen konzentrieren. Das dritte Juwel. Alter, die machen das wieder. Die machen... Es ist wieder... Es ist wieder das gleiche wie eben. Ich kriege wieder... Eins will ich noch haben. Ich muss noch eins... Ah, kriegen wir nie mehr. Oder, 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 oder? Kriegen wir noch eins? Hab ich auch noch erwischt. Haben wir auch noch erwischt. Haben wir auch noch erwischt. Haben wir auch noch erwischt. Ja, schön, Olli. Oh. Ich war kurz vorm Abnippeln gerade. 600 noch. Na eben ganz kurz ein bisschen heilen. Gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Vierte Juwel. Alter, der lenkt wieder alle ab oben. Olli lenkt alle ab oben. Wir können wieder... In aller Ruhe können wir wieder was machen. So, fünfte. Alter, das gibt's doch nicht. Zur Sicherheit feuere ich jetzt einfach mal in den Bereich rein. Aber wir haben das sechste Juwel. Ja, das muss ich noch einmal warten. Dann haben wir es schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist schon wieder das nächste. Countdown beginnt. Alter, weil der alle oben ab lenkt. Unfassbar. Der lenkt alle oben ab und wir können in aller Ruhe hier alles snaggeln. Noch ein Juwel. Jetzt komm, jetzt müssten sie... Also langsam müssten sie jetzt ja mal kommen. Aber das können sie nicht. Das können sie einfach nicht. Ich hab neun Juwelen. Ich muss gar nix machen. Ah ja, geil. Zwei Runden am Stück. Wo wir einfach mal... Wo wir einfach mal gar nix machen mussten. Ich musste nur damit... Ja, endlich kann ich sie upgraden. Oder? Ne, ist das Power-Level? Also das ist ja nur der Rang. Warte mal, wir gucken mal eben nach. Oh, Brawler. Ich kann sie ja noch nicht upgraden. Dazu bräuchte ich ja noch die Karten. Beziehungsweise die... Wie nennt sich das hier überhaupt? Ich muss 100 Marken bekommen. Okay, dann machen wir noch eins. Olli! Olli! Oh, Olli ist offline. Nein! Kann ich nicht noch irgendeinen einladen? Hm. Olli! Moment, Moment, Moment. Ich hab jetzt noch mal ein Einzelspiel gemacht, weil ich keinen gefunden habe. Aber das sollte... Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Der Olli hat echt alles getankt, was es gibt. Ohne Witz. Das war richtig gut. Okay, der Gen ist links. Äh, rechts meine ich. Rechts, 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 rechts. So. Alter, das war richtig episch. Zwei Stück mal direkt geschnappt. Nicht sterben, bitte. So, mal reingehauen. Nochmal reingehauen, nochmal reingehauen, nochmal reingehauen, nochmal reingehauen. Nochmal reingehauen. Ja, sehr gut. Und jetzt ist der eine wieder El Primo ist vorne und kann wieder schön alles tanken für uns. Und wir sammeln hier jetzt im Endeffekt erstmal nur alle auf. Ja, Nummer drei. Lass mich, lass mich die aufnehmen. Lass mich die aufnehmen, lass mich die aufnehmen. Geh du ruhig nach vorne. Ich bleibe hier. Das vierte. Alter, wie El Primo oben einfach alle drischt. Jetzt ist er tot. Aber ich hab schon fünf gleich. Der kommt nicht durch. Oh, jetzt, 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 jetzt. Jetzt kommen sie mal so langsam. Wir lassen wieder El Primo vorgehen. Ja, Moment. Das fünfte mal eben geschnappt. Ah, hab ich leider nicht mehr geschafft mit der Fähigkeit. Aber ist egal. Das achte. Alter, wie schnell die einfach rum sind. Wie schnell die Runden hier rum sind. Zeig gleich das nächste da raus. So. Er versucht jetzt natürlich gegen uns beide anzukommen, was er nicht schaffen wird. Wird er gleich sterben wahrscheinlich. Ja, den haben wir gekriegt da außen. Sehr schön. Oh, das Juwel kann ich mir noch schnappen eigentlich. So. Die Frage, wo schießen wir jetzt hin? Den haben wir auch noch ge... Der ist auch noch gefallen. Sieben. Ja, das war's. Schon wieder. Was sind das für Runden? Wie schnell die vorbei waren einfach nur. Das läuft. Waren ja Superpro getankt. Wir waren im Hintergrund. Mal eben ganz schnell die ganzen Juwelen geschnappt. Und das war's. Da sag ich mal, dankeschön fürs Zuschauen für die erste Folge von Brawl Stars. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt von diesem Original Let's Play, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir können aber eben was einfordern. Nämlich eine Brawl Box. Können wir eben noch öffnen. Oh, Shelly. Endlich haben wir Shelly mal einen Rang oben. Und, nein, Albert, gerade nicht. Ich hätte auch auf 10 Minuten klicken können, aber habe ich jetzt gerade vergessen. Und wir haben Niederfall geschaltet. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Daumen nach oben. Und guckt in die Beschreibung. Abonniere nicht vergessen. Tschüss.